hallo und herzlich willkommen zu dieser bitwig practice session in dieser folge zeige ich euch wie ihr send regler also diese regler womit man einen anteil des sounds und die send effekte oder bus oder aux kanäle schickt modulieren kann wie man das macht das zeige ich euch jetzt so ich habe hier einfach mal einen polysynth reingeladen habe hier zwei send effekte rein gemacht einmal river und delay und auf der spur kann ich jetzt diese zwei send effekte natürlich fest einstellen wie ich das gerne haben möchte so jetzt würde ich die aber ganz gerne modulieren so dass ich zum beispiel mal entweder abwechselnden reverb drin habe oder abwechselnden delay 2 drin habe ich kann das natürlich auch hier automatisieren aber ich will das modulieren um da einfach auch etwas flexibler zu sein so wenn ich jetzt hier zum beispiel einfach einen lfo modulator rein lade und sage hier modulieren wir das komme ich hier nicht ran das wird mir nicht angeboten als modulations ziel was ich aber machen kann ich kann hier einfach ein instrument layer laden und da muss ich das hier nehmen jetzt schon leer dann ziehe ich den polysynth hier rein das heißt hier habe ich den polysynth drin und diesen modulator den kopiere ich mir einfach hier rüber den kann ich hier löschen den brauche ich an der stelle nicht so und wenn ich jetzt den hier an mache dann sehe ich wird mir hier wieder alles angeboten um die entsprechenden regler zu modulieren klicke ich hier aber auf den polysynth sehe ich jetzt zum beispiel dass hier bei den send reglern die kann ich jetzt auch modulieren dann das sehe ich jetzt gleich und das mache jetzt an der stelle mal macht den mir hier auf plus sodass der noch unipolar ist mache jetzt einfach mal hier auf bar und ein bisschen langsamer dann klicke ich hier wieder auf den polysynth ich muss das gerät hier auswählen was in die send effekte geschickt werden soll weil ich kann ja in dem instrument layer ja auch mehrere instrumente haben und jetzt sage ich zum beispiel den moduliere ich immer so hier ein bisschen hoch ich schalte das mal ganz kurz aus und den nehme ich jetzt mal den reverb so weit rein und regel den jetzt einfach zurück wenn der andere hoch geht das heißt die beiden laufen jetzt immer schön gegeneinander wenn ich jetzt hier diesen clip mal abspiele habe ich schön meine send effekt busse meine aux kanäle schön moduliert so das war der ganze trick ich hoffe das hat euch gefallen und ja lasst einen daumen da abonniert den kanal drückt die glocke guckt beim nächsten mal wieder ein bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare zeit macht's gut bis dann ciao ciao